Kommen wir zurück zu, ich hatte ein zugegeben nicht sehr glückliches Segment über Islam, wo ich versucht habe, den gesamten Islam in eine halbe Stunde zu pressen und bin letztendlich daran gescheitert, kam zu dem Schluss, es gibt viel Islam, viel verschiedenen Islam. Daraufhin habe ich dann nochmal eine Entschuldigung gemacht, dass es halt vielleicht nicht so ganz durchstrukturiert war, durcharbeitet war und uns dem ganz normal widmen müsste und habe ich beim letzten Mal, habe ich dann irgendwann im Zuge dieser Selbsterkenntnis und meines Asche aufs Hauptschüttens, habe ich gesagt, dass ich den Islam als Ideologie für harmlos hielte und das hat ein paar ein bisschen Backmash gegeben, wie man sich vorstellen könnte und ich möchte hier ein paar Antworten darauf zitieren. Es gab nur einen positiven Kommentar, der sagt, okay, dass Islam von, naja, vom Islam geht eine Gefahr aus, allerdings dass sie selber auch die von Bibel und Tora ausgeht. Das war sozusagen auch mein Punkt, also ich dachte Islam als Ideologie. Und dann gab es ein paar Kommentare, die waren zuerst ein bisschen bissig. Gut, dann möchte ich nächstes Mal eine punktgenaue Differenzierung beim Buddhismus, schreibt hier jemand. Das ist schon als bissiger Anmerkung noch, Islam, Buddhismus sind ja wohl zwei verschiedene Sachen. Wir kümmern uns auch noch um Buddhismus. Buddhismus in dem Punkt hat auch verschiedene Strömungen. Es gibt auch Gewalt im Buddhismus, der ist jetzt nicht so stark wie im Islam zugegeben. Oftmals ist die Gewalt auch gegen die Anhänger selbst. Also ich habe ein Interview gesehen von John Oliver mit dem Dalai Lama, auch das wäre vielleicht erwähnenswert. Er interviewt den Dalai Lama und stellt null religionskritische Fragen, bis auf eine, und zwar die, warum er nicht dafür sorgt, dass die Buddhisten aufhören, sich selbst zu verbrennen als Protest gegen die chinesische Besetzung des Tibets. Und der Dalai Lama kam dann mit einer wachsweichen Version durch, nach dem Motto, er findet das nicht gut, aber er könnte letztendlich auch nicht dafür sorgen, was die Mönche entscheiden, das wäre so eine individuelle Geschichte. Und der ist damit durchgekommen, bei John Oliver. Und ich habe diesen Eindruck gehabt, also der John Oliver war auch dann wieder unterwürfig und so weiter, die haben alle diesen religiösen Beißreflex, diesen liberalen. Das heißt, anstatt den Dalai Lama da mal auseinanderzunehmen und auch zu seinen CIA-Kontakten zu fragen und wie das denn früher gewesen war, als er noch da war mit der Unterdrückung der Bevölkerung, kein Thema. Das einzige Thema war zu diskutieren, ob er denn reinkarniert wird oder nicht, denn die Chinesen würden gerne den neuen reinkarnierten buddhistischen Dalai Lama gerne indoktrinieren, dass er ein strammer Kommunist wird, wie es beim Kaiser von China schon geschafft haben. Das ist das einzige Thema. Ich meine, ob der neue Dalai Lama Kommunist ist oder Buddhist, das geht uns ja letztendlich auch irgendwo am Dings vorbei. Denn was ist denn das? Ich meine, es gab ja dieses Phänomen von den abgesetzten russischen Patriarchen, die dann durch die badischen Kurparks dann rumgepilgert sind und dann quasi Exilmonarchen waren, genauso wie wenn irgendein Tyrann dann abgesetzt hat. Dann geht das ähnliches mit dem Dalai Lama. Das war ein Tyrann in Tibet und der geriert sich jetzt als Widerstandskämpfer. Aber er war ja nicht der Vorsitzende einer Demokratie, sondern einer Theokratie und seine ganzen Weisheiten, die er gezogen hat. Das sind irgendwelche auswendig gelernten Texte aus dem 12. Jahrhundert. Alles, was er jetzt Intelligentes von sich gegeben hat, hat er letztendlich wieder aus den Westen gezogen und präsentierte sich das in dieser Kultur. Dann besonders freundlich. Ich meine, Dalai Lama und Franziskus sehe ich auf einem Level von Bullshitting. Das heißt, die kommen mit ihrer Botschaft nicht drüber. Aber gerne, wir können beim Buddhismus auch irgendwann uns beschäftigen. Aber kommen wir zurück zum Punkt. Islam. Und da schreibt hier Akbar, wie harmlos der Islam ist. Darüber könnte der Ermordete, Theo van Gogh, uns sicher einiges erzählen, wenn er noch am Leben wäre. Und darauf beantworte ich, ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Gefahr von Islamisten nicht unterschätzen und den Terror, der von radikalen Muslimen ausgeht, nicht kleinreden wollen. Ich habe nur den Islam als Gedankengebäude als harmlos bezeichnet, weil er intellektuell einfältig ist, leicht widerlegt werden kann und nur durch Gruppendruck aufrechterhalten werden kann. Das ist mein Punkt. Und sicher, die wortgetreuen Muslime sind näher im Islam als die Gemäßigten. Nicht überraschend. Und es ist menschenverachtend, frauenfeindlich etc. Aber so als Ideologie, wenn ich jetzt ein Erwachsenen das erzähle, ich sage hier, das ist der Islam, das liest Koran, Haditha, Leben des Mohammed, wenn die sagen, okay, das würde sich nicht so gut verkaufen an sich. Und noch ein anderer schreibt, lieber Christian, erstmal Lob für eure Sendung, allerdings kann ich die Verharmlosung des Islams nicht für gut halten. Für mich ist der Islam in erster Linie eine politische, radikale und grausame Ideologie mit religiösen Elementen. Und jetzt kommt er, und das finde ich immer so gut mit einem Hitler-Vergleich, wenn der Hitler-Vergleich gut ist, bin ich immer ein Freund davon. Was würdest du von folgenden Argumentationen halten? Ich habe meinen Kampf von Hitler gelesen und festgestellt, dass diese Ideologie nichts zu bieten hat. Von daher ist der Nationalsozialismus ungefährlich. Er fährt dann noch fort, im YouTube-Kanal hat er das dann auch beschrieben, was er da alles macht. Und kommt später zum Punkt, wenn du eine Frau in Pakistan wärst und zweimal die Woche durchgeprügelt würdest, nur weil es im Koran steht, würde es dich trösten, dass es in Europa die Prügelstrafe gab. Übrigens beschäftigt sich der Koran zu 60 Prozent mit Kufar und hat mit diesen Menschen nichts Gutes vor. Als Atheist hast du keine Existenzberichtigung. Das ist eine konstruktive Kritik. Ich habe darauf geantwortet, der Islam ist sicherlich menschenverachtend und das Leben Mohammeds und die Haditen, wenn man das macht, frauenfeindlich, homosexuellenfeindlich, Unterdrückung von Andersdeckenden, Frauen, Folter etc. Ich meine, selbst mit Dieben Hände abhacken ist nicht das, was man als unter Menschenrecht und Unversehrter des Körpers, Verletzlichkeit des Körpers verstehen würde. Und deswegen sind Islamisten gefährlich und auch zu bekämpfen. Dennoch, ich hatte zwei Punkte in dem ganzen Beitrag. Und der eine Punkt war, erstens, den Islam gibt es nicht in der Realität in einer reinen unverschälschten Form. Also über den Islam zu reden, ist insofern falsch, weil er geschichtlich, gesellschaftlich in verschiedenen Kontexten ausgelebt wird. Es gibt nette, humane Formen, moderate und auch katastrophal schreckliche. Und ich kenne auch jemanden aus Pakistan, der schlägt seine Frau bestimmt nicht. Und auch selbst, wenn sie was machen würde, würde er das nicht machen, auch wenn es ihm der Islam in Vorschrift schreibt. Ich meine, es ist halt immer die Frage, wie wird so eine Kultur gelebt? In der Bibel steht auch drin, dass mein Bruder mich erschlagen sollte. Hat er bis jetzt nicht geschafft. Also, weil ich ein Ketzer bin. Zweitens, ich habe gesagt, der Islam als Ideologie ist nicht überzeugend und in sich widersprüchlich. Und deswegen sehe ich ihn nicht als Gefahr für vernünftige Menschen. Für Kinder und dumme Menschen ist er eine Gefahr. Das heißt, aber für die ist alles eine Gefahr. Die kann ich auch mit Scientology und Körpertitan indoktrinieren oder mit Katholizismus. Also, das heißt, das ist mein Punkt. Wenn ich sage, der Islam ist harmlos, dann meinte ich, oder wenn ich das sagte, dann meinte ich nicht, dass es keinen islamischen Terror gibt. Das mache ich auf keinen Fall. Ich finde, der Nazi-Vergleich, also der Islam ist natürlich scheiße und auch gefährlich. Da möchte ich keinen Zweifel dran lassen. Aber der Nazi-Vergleich scheint mir deshalb nicht zu greifen, weil es eben nicht heute noch, sagen wir mal, eine Milliarde Nazis auf der Welt gibt, die sich alle, sagen wir mehr oder weniger nicht militant verhalten. Kennst du nette Nazis? Nein. Aber ich? Aber das ist ja der Punkt, den ich meine. Es gibt wahrscheinlich ungefähr eine Milliarde, ich schätze mal noch einen Tick mehr, Muslime auf der Welt, von denen sich jetzt eine Teilmenge schlecht oder militant verhält. Man kann natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass die Staaten, die sich selbst als islamisch bezeichnen, unglaublich schlecht sind, die Menschenrechte verletzen. Wir Atheisten, wir würden ja, was wir hier machen, würde ja in Saudi-Arabien beispielsweise schon als Terrorzelle gelten. Ja. Aber bei den Nazis, das ist halt, da gibt es nicht so viele von und da kennt man halt nur die, die so richtig schlecht und militant waren und deswegen trifft der Vergleich hier nicht. Das wäre so, als gäbe es nur, sagen wir mal so, IS-Muslime. Genau. Also ich denke mal, was hier zu tragen kommt, ist, wir haben ja eine Bewegung, auch in der Alt-Right-Bewegung, die versucht, den Islam sozusagen erst in eine Schublade zu stecken und dann zu verteufeln oder umgedreht zu sagen, okay, das sind alles Muslime, die müssen sich dann eben zeigen, dass sie eben nicht solche sind, sondern andere sind und das geht an einem Problem vorbei, weil es nämlich das Ganze so vereinfacht. Sicherlich, es gilt, dass die meisten Muslime in anderen Ländern, weil in Deutschland weiß ich jetzt nicht, wie die Statistik aussieht, eben halt sagen, okay, der Koran steht über jedem Gesetzgebung und es gibt eine Mehrheit, zum Beispiel in Pakistan, die sagt, wer aus dem Islam austritt, der verdient die Todesstrafe. Da kann man davon sagen, okay, die meinen, die Leute müssten hingerichtet werden und da ist der Islam eben grausamer. Aber das ist auch nur ein zeitliches Konstrukt, das jetzt gerade in dem Moment ist und über die Geschichte nicht gilt und sich auch ändern kann. Wenn ich daran denke, wie die Türken sich hier verändert haben und ihr Islam sich verändert hat über die Zeit, dann wurden die eben in Deutschland auch radikalisiert. Und wie auch Erdogan jetzt hier die Leute radikalisiert und versucht, für seine Ideen zu gewinnen. Das heißt, diese Vereinfachung, die dient letztendlich nur zu einer Aufteilung in Lagern und was auf der Strecke bleibt, wenn man die Menschheit in Lager aufteilt und in Parteien und Seiten, ist der Mensch selbst. Weil dann werden, wie im Jugoslawien-Krieg, werden dann Familien zerrissen. Dann kämpft der eine gegen den anderen. Das ist egal, was der jetzt denkt oder was der ist, sondern dann geht es eben nicht mehr um das Individuum, sondern es geht nur noch wir gegen euch. Und das führt zu nichts. Das ist intellektuell extrem faul und es ist unmenschlich. Man muss auch nicht die Fehler der anderen machen. Okay, was ich noch wichtig finde, ist, dass man, selbst wenn man den Islam an sich sehr schlecht findet, wie ich es beispielsweise tue und als ich neulich mal hier was bohren wollte und irgendeine Unterlage brauchte, die so ein bisschen bohren ab konnte, habe ich dann auch meinen Gratis-Islam hier genommen und untergelegt. Koran. Koran. War aber nur die deutsche Übersetzung. Aber was gerade in Deutschland wichtig ist, ist, selbst wenn man den Islam ablehnt oder auch für gefährlich findet, ändert das nichts daran, dass Muslime aufgrund der Religionsfreiheit eben bestimmte Rechte haben, die man ihnen nicht abstreitig machen kann, selbst wenn man den Islam schlecht findet. Warum? Weil die Religionsfreiheit gerade dazu dient, Leuten Rechte zu geben, deren Weltanschauung man ablehnt. Das heißt, wenn jemand ein Kopftuch tragen will oder eine Moschee bauen, dann haben die das Recht dazu und können das machen. Wenn es jetzt um die Beschneidung geht, würde ich sagen, das ist zwar in Deutschland leider mehr oder weniger legal, aber ich würde es trotzdem und habe das auch dagegen vorgehen. Aber es darf, und ich glaube, darauf zielen diese Sachen ab, wenn man den Islam dann gar nicht mehr versucht, als Religion wahrzunehmen, sondern als politische Ideologie, dass Rechte, die Muslime haben, ihnen verwehrt werden sollen. Und das geht nicht. Und ich meine, ich gebe mir immer Mühe, hier einerseits klar zu sagen, wo ich den Islam schlecht finde, gefährlich oder auch lächerlich, was auch häufig der Fall ist, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ändert aber nichts daran, dass ich meine, dass bestimmte Rechte eben auch für Muslime gelten müssen. Dann kann man sich natürlich gerne mal Gedanken darüber machen, ob diese Rechte religiösen überhaupt zugestanden werden müssen. Ein Beispiel wäre ja beispielsweise der Religionsunterricht. Wir haben ja einen Post, der sagt hier, seit wann haben sich dumme und leicht zu widerlegende Ideologien denn mal nicht durchgesetzt und geht nicht von einer dummen Ideologie, wenn sie sich durchsetzt, Gefahr aus. Ja, wir haben das ja schon, wir haben eine dumme Ideologie, die sich durchgesetzt hat, das ist immer ein Christentum. Man kann sich jetzt fragen, wie sie sich durchgesetzt hat und sie konnte sich letztendlich dadurch durchsetzen, dass sie die Gegenstimmen mundtot gemacht hat. Und solange wir einen freien Diskurs haben von Meinungen und wenn wir an die Vernunft des Menschen glauben, das ist das andere, ich will mir sagen, der Mensch ist dumm, er ist manipulierbar. Das heißt, wir müssen ihn manipulieren oder wir müssen ihn dafür schützen, falsche Meinungen aufzunehmen. Wenn wir das meinen, haben wir ein Menschenbild, wo wir letztendlich jeden Menschen zu einem Kind abstimmen oder zu einem geistig Behinderten und sagen, hier, da gibt es ein paar Ideen, die sind gefährlich für dich. Wenn du die hörst, dann wirst du ganz böse und springst dich in die Luft. Das wollen wir nicht. Deswegen, pass auf, müssen wir leider diese Informationen von dir fernhalten. Denn dadurch wirst du dann gesellschaftlich nicht mehr kompatibel. Sehen wir uns so? Sehen wir uns so? Das sehen wir uns so, dass wir sagen, okay, wir Menschen sind manipulierbar. Aber deswegen muss irgendeine Instanz existieren, die uns von irgendwelchen Informationen fernhalten muss, die uns zu etwas manipulieren, was die Gesellschaft letztendlich kaputt machen kann. Und das ist die Diskussion, die wir uns stellen müssen. Brauchen wir den Staat, der uns dann hier dann trennt? Das geht in diese Richtung nämlich hin. Und dann sagen wir, okay, wir sind zu dumm, wir würden sofort dafür gehen und sagen, jetzt mache ich das. Und kann man sehen, man kann in diese Richtung argumentieren. Wir hatten das bei der Wahl, in der amerikanischen Wahl gesehen, dass auf Facebook ganz viele auch automatisierte Meldungen auch aus dem Ausland lanciert worden sind, Falschmeldungen und die Leute dann manipuliert worden sind. Aber dann geht es auch um die Frage, okay, dann dürfen wir keine freien Medien, dann dürfen wir kein Internet mehr zulassen, weil die Leute manipuliert werden. Aber dann werden die in eine andere Richtung manipuliert. Ich meine, da beißt sich die Kase in den Schwanz. Ich meine, Islam ist eben nicht, ist eben ein Ideengebäude. Das sind nicht Leute. Die Leute, das sind Muslime. Und die Muslime, die meisten Muslime, die ich kenne, die sind das von klein auf. Und die machen genauso wie Christen, kommen die mit Rationalisierung, warum das, was sie sowieso schon machen, so ganz besonders toll ist. Und da sehe ich keinen Unterschied zum Christentum in der Ideologie. In der praktischen Anwendung gibt es Unterschiede. Christen sprengen sich in der Regel nicht in die Luft. Das machen im westlichen Hintergrund, machen das Anarchisten. Die mit, gut, die sprengen es ja nicht selbst in die Luft, sondern die werfen Bomben. Aber das ist auch eher eine Sache des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber auch Nationalisten und so weiter, die haben, sind, oder Nationalsozialisten, sind ständig nicht sehr gesellschaftskompatibel. Dennoch, ich hoffe ja noch, ich klappe noch an den Menschen irgendwo, dass er in der Lage ist, dumme Ideen vom Guten zu unterscheiden. Und ganz dumme haben dann weniger Chancen als nicht so ganz dumme. Und ich denke mal, Islam ist ja ganz dumm. Also ich meine, gerade aus aktuellem Anlass, dieses Argument, dass Leute zu blöd sind, das lässt sich nicht so leicht von der Hand weisen. Ich meine allerdings, dass das Gegenmittel nicht Zensur wäre oder so eine Art staatliche Kontrolle, sondern aufzeigen. A, aufzeigen der Denkfehler und B, lächerlich machen solcher Positionen. Oh, das ist ja eigentlich genau das, was wir machen im Podcast. Ja, und das ist das, was leider gerade bei Religionen immer ausbleibt und wo wir auch eben eine Lücke stoßen. Denn wir haben überhaupt kein Problem zu sagen, dass hier Mohammed auf dem fliegenden Pferd durch die Gegend reitet oder das Salzwasser sich mit Süßwasser nicht mischt. Das ist Quark. Oder die ganzen Dämonen, die da im Islam da rumwuseln. Das ist noch nicht mal konsistent. Die sagen, sie haben nur einen Gott, aber dann haben sie dann noch Engel und so Kram. Das konnten sie auch nicht hin. Und die widersprüchlichen Befehle im Islam, im Koran, die mal ein Magnet, mal böse. Das ist alles inkonsistent und albern eigentlich. Und das, was fehlt, ist, dass da jemand mal sagt, hier, das ist Quatsch. Dass da jemand einfach mal sich hinstellt und sagt, das ist Quatsch. Das trauen sich ja auch nicht mal die Katholiken, die sagen noch nicht mal, dass das Quatsch ist. Das haben die früher gemacht, im 19. Jahrhundert. Aber heutzutage macht keiner Religionskritik in der Öffentlichkeit. Benedikt hat es doch noch einmal gewagt, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hatte, aber das hat ja ziemlich gewirkt. Er hatte doch irgendjemand zitiert, der gesagt hatte, vom Islam kommt nichts Gutes. Das war aber keine richtige Kritik. Das war eigentlich nur eine Bauchkommission. Aber da hat er dann letztendlich auch wieder eins auf die Nase gekriegt, ne? Ja, ja. Weil das wäre dann Islamophob gewesen. Aber ich meine, ich habe ja nichts gegen die Leute. Es gibt viele Leute, die Blödsinn verfolgen und das, weil sie es nicht besser wissen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn die halt in Ruhe drüber nachdenken und einmal eine kritische Position hören, dass sie vielleicht über die Jahre ins Grübeln kommen und dann sagen, oh je, das macht doch keinen Sinn. Aber man muss es eben auch thematisieren, wenn man das einfach nur so laufen lässt und dann die Leute in Lager aufteilt. Pass auf, du bist, du bist christlich-judäisches Westen und du bist der Islam. Dann stelle ich die auf und dann miete ich ein Schlachtfeld und dann gebe ich denen halt noch Knüppel in die Hand und dann viel Spaß. Dann haben wir einen Krieg. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ich bin durch jetzt hiermit. Bis wir es beim nächsten Mal wiederholen dürfen, weil jetzt wieder Leute sagen, hier, wir sind zu nett zum Islam. Wenn ich jetzt höre, okay, ich darf den Islam als dumm bezeichnen, das ist quasi in unserer Community okay. Aber wenn ich sage, etwas, was dumm ist, ist harmlos, weil es einfach dumm ist, dann ist das dann ein Aufschrei. Und es war für mich eine interessante Erfahrung. Aber ich verstehe auch alle, die das kritisieren. Islam als harmlos zu bezeichnen, ist schon wieder so ein Ausflug. Ja, man muss das halt alles differenziert wahrnehmen. Das ist immer das Problem von Leuten, die sehr stark differenzieren. Je stärker man differenziert und auf seine Formulierung achtet, je mehr wird man missverstanden von denen, die diese Feinheiten nicht so wahrnehmen. Ja, ich differenziere, ich relativiere nicht. Also ich finde es immer noch absolut menschenverachtend. Und nicht, oh, das ist ja nicht ganz so menschenverachtend wie das oder das und so weiter, sondern es ist einfach, die stehen auf der, von der Ideologie stehen sie auf der falschen Seite. Man kann es halt, man kann halt auch genug, man kann auch Teile der Ideologie einfach ignorieren. Und das machen viele. Und leben damit. Man nennt das Zivilisationen. Vielleicht setzt sich die Vernunft doch langsam durch, aber eben ohne, dass es einen Wortführer gibt. Hoffen wir das. So, können wir weitermachen mit dem nächsten Thema oder? Es wurde ja der Wunsch an uns herangetragen, den neuen Film Zivilisation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2 zu 0 Gottlose Gedanken zum Leben.